Die Spaltung findet bereits statt. Am Ende des Zyklus besteht für den adamischen Menschen die Möglichkeit, seelische Menschen mit Zugang zu höheren Zentren zu graduieren oder in einen höheren Seinszustand aufzusteigen und die vollständige DNA zu aktivieren. Es geschieht jedoch nicht von selbst, noch indem man im Photonengürtel badet, über Liebe und Frieden meditiert, sich auf positive Gedanken konzentriert oder die eigene Realität erschafft, indem man den Wünschen des falschen Ich, der Persönlichkeit, der A-Einflüsse und der Welt des Bioportals folgt. Es bedarf bewusster Anstrengungen, um Wissen zu erlangen und anzuwenden, die Wahrheit von den Lügen in sich und in der Welt zu trennen, die höheren Zentren durch esoterische Arbeit zu aktivieren, damit das Feuer die Umwandlung von Blei in Gold entzünden und sich mit dem magnetischen Zentrum, dem heiligen Gral, vereinigen kann, dem Pfad des Aufstiegs, der von fleischlicher Liebe zu höflicher Liebe des Absoluten führt. Dies ist die Arbeit, die für diejenigen geleistet werden muss, die zum Erwachen berufen sind, und es gibt Kräfte, die nicht möchten, dass dies geschieht, und sie arbeiten, indem sie die organischen Portale benutzen, sowie viele andere Fallen und Versuchungen, die das allgemeine Gesetz oder Hyperdimensional Matrix Control System dem Sucher in den Weg stellt, um sie oder ihn abzulenken, damit es seine Nahrungsquelle nicht verliert. Es ist ein spiritueller Krieg und wir müssen in unseren Beziehungen unterscheiden, mit wem wir uns beschäftigen, die spirituellen und New Age Lehren, auf die wir stoßen, usw. Ohne Unterscheidung und Beherrschung unseres Ichs kein spiritueller Fortschritt und letztlich kein Aufstieg. Das Thema der Bioportale ist tiefgreifend und weitreichend. Man darf nicht zu voreiligen Schlüssen, Annahmen oder Urteilen kommen. Wir alle sind bis zu dem einen oder anderen Grad organische Portale, da das Raubtier und die Matrix durch uns alle wirkt, bis wir uns bemühen, Selbsterkenntnis zu erlangen und daran zu arbeiten, unsere höheren Zentren, die uns in einem Bewusstsein mit unserem höheren Selbst verbinden, zu verschmelzen und auf diese Weise unsere Programme und bedingten mechanischen Verhaltensweisen aufzulösen, sodass wir unseren Willen bewusst und wach einsetzen können. Das ist die Grundlage für einen wahren, freien Willen. Don Juan Matus sagte Denken Sie mal einen Moment nach und sagen Sie mir, wie Sie den Widerspruch zwischen der Intelligenz des Menschen, des Ingenieurs und der Dummheit seiner Glaubenssysteme oder der Dummheit seines widersprüchlichen Verhaltens erklären würden. Zauberer glauben, dass die Raubtiere uns unsere Glaubenssysteme, unsere Vorstellungen von Gut und Böse, unsere sozialen Sitten gegeben haben. Sie sind es, die unsere Hoffnungen und Erwartungen wecken und von Erfolg oder Misserfolg träumen. Sie haben uns Habsucht, Gier und Feigheit geschenkt. Es sind die Raubtiere, die uns selbstgefällig, routiniert und egoistisch machen. Ein wesentlicher Teil unserer esoterischen Arbeit besteht darin, zu lernen, uns von der Energiezufuhrdynamik zu lösen, die Beziehungen zu organischen Portalen inhärent sind. Darüber hinaus gilt dasselbe für unsere Aktionen und die Dynamik mit ihnen, da diejenigen, die das Potenzial für höhere Zentren haben, derselben Programmierung unterliegen und mechanische Reaktionseinheiten sind, bis sie die Arbeit zur Entwicklung ihrer höheren Zentren übernehmen. Wir sind alle Feeder, bis wir lernen, unsere Fütterung von anderen zu stoppen und wie wir andere davon abhalten können, sich von uns zu ernähren. Esoterische Arbeit erfordert enorme Energiemengen und diese Energie ist die Energie, von der andere speisen. Um Fortschritte in der esoterischen Arbeit zu erzielen, ist es grundlegend, diese zugrunde liegende Dynamik der Ernährung zu verstehen. Es ist sinnlos und gefährlich zu versuchen, Personen als organische Portale zu identifizieren und zu klassifizieren, da wir alle OPs sind, bis wir uns entscheiden, etwas anderes zu tun. Ein Werkzeug zum Verstehen des wahren Schreckens unserer Situation in dieser Welt der Gefallenen in eine Waffe gegen Individuen zu verwandeln, bedeutet, ihm seine spirituelle Bedeutung zu entziehen und es zu einem Werkzeug unserer Versklavung in der materiellen Welt zu machen, derselbe Prozess, der in allen Weltreligionen im Laufe unserer unglücklichen Geschichte stattgefunden hat. Ein echtes Verständnis des organischen Portals und der Welt, in der wir leben, gibt uns das Wissen, das notwendig ist, um lebendig herauszukommen, sei es buchstäblich oder nur, um unserer wahren Natur als in materielle Körper eingeschlossene Seelen gerecht zu werden, um wichtige Lektionen zu lernen, die nur diese Welt lehren kann. Wir können diejenigen nicht mehr hassen, die keinen Zugang zu den höheren Wahrheiten haben, weil sie es sind, die wir wie eine Katze hassen können, die mit der Maus spielt, bevor sie getötet und gegessen wird. Sind Neandertaler die präadamische Rasse? Sind sie die Spender unserer psychopathischen Gene? Neandertaler jagten, vergewaltigten und aßen Menschen. Eine gnostische Perspektive Adamischer versus präadamischer Mensch Die Menschen sind nicht alle gleich geschaffen, denn es gibt zwei kreative Prozesse, die in dieser gegenwärtigen materiellen Realität nebeneinander verlaufen. Sowohl der adamische Mensch als auch der präadamische Mensch koexistieren auf dieser Erde zusammen. Der adamische Mensch hat Zugang, wenn auch etwas abgeschnitten, zu seinem Kronenchakra und der spirituellen Quelle. Aber der präadamische Mensch hat kein Kronenchakra oder höheres Selbst, wie es der adamische Mensch hat. Es war die spirituelle Quelle, die dem adamischen Menschen den göttlichen Funken eingehaucht hat, der unser Kronenchakra und die Verbindung zur Quelle ist, die uns zu unsterblichen Wesen macht. Präadamiten haben nicht die gleiche Möglichkeit wie einzigartige unsterbliche Wesen, also versuchen sie das nächstbeste, um unsterblich zu werden, aber um dies zu erreichen, müssen sie unsterbliche Wesen als Batterien verwenden, um ihre Unsterblichkeit aufrechterhalten zu können. Der eigentliche Krieg besteht dann darin, den adamischen Menschen zu übernehmen und uns als Batterien für ihr Matrix-System zu benutzen, damit sie eine Form der Unsterblichkeit erreichen können. Diese Realität spiegelt die Replikatoren aus der Fernsehserie Stargate Atlantis wieder, wo die Replikatoren auf den Aufstieg hinarbeiten, so wie es ihre Schöpfer, die Alten, erreichen konnten. Aber es hat nicht funktioniert für sie. Sie wurden zu astralen Wanderern an einem Punkt der TV-Serie, konnten aber trotzdem nicht aufsteigen, denn der Aufstieg erforderte den Zugang zu einem Aspekt des Seins, den sie nicht besaßen. Die Präadamiten können auch die ätherischen und astralen Ebenen steuern, da es sich nur um eine Frage der Bewusstseinsdichte und der Schwingungsfrequenz handelt, denn obwohl ihnen der göttliche Aspekt fehlt, bestehen sie immer noch aus ätherischen, astralen und materiellen Aspekten des Seins. In vielerlei Hinsicht gleichen Präadamiten einer künstlichen Intelligenz, mit der Fähigkeit, sehr berechnend zu sein, die universellen Gesetze gegen uns anzuwenden und langfristig daran zu arbeiten, uns für immer zu versklaven. Sie benutzen uns buchstäblich als Unterfeil ihrer synthetischen Hierarchie und symbolisiert durch den Boden einer Pyramide, damit sie nach oben aufsteigen können und unsere Götter oder Meister am Gipfelschlussstein, das allsehende Auge, sein können. Aber sie sind nur in der Lage, ihre Göttlichkeit zu erreichen, indem sie dies auf unserem Rücken tun und nicht durch ihre eigenen Mittel von innen. Aufgrund dieses Unterschiedes empfindet sich der präadamische Mensch, der am sechsten Tag mit den Tieren geschaffen wurde, als dem adamischen Menschen unterlegen und möchte uns deshalb als Batterien behalten und benutzen. Betrachten Sie dies als eine Geschwisterrivalität, bei der unsere Versklavung dem präadamischen Menschen die Illusion gibt, uns zu besiegen, während er uns ständig für sein eigenes, unsterbliches, nicht ewiges Leben benutzen kann. Die Präadamiten wollen Gleichheit, da sie einen Minderwertigkeitskomplex im Vergleich zum Potenzial des adamischen Menschen haben, aber solange wir Adamiten unsere wahre Macht nicht verkörpern, werden sie nie gleichberechtigt in der Hierarchie des Lebens sein. Denn durch unsere eigene Verkörperung unserer Göttlichkeit wird ihnen die Möglichkeit dieses esoterischen evolutionären Weges erst gewährt. Sie sind eine sich entwickelnde Schöpfung, die derzeit nicht den Odem Gottes, die Quelle, enthält. Aber Adamiten sind Aspekte, Gottesfunken von Gott, die auf die Erde kommen, um mit der bereits manifestierten Realität zu verschmelzen. Jede Art von Schöpfung ist einzigartig und nicht gleich. Das macht die Adamiten nicht überlegen gegenüber dem präadamischen Menschen, aber wir haben eine größere Fähigkeit, selbstbewusst und sachgundig zu sein im Vergleich zu ihnen. Während die Adamiten individuelle höhere Selbste haben und dazu bestimmt sind, unsere Individualität im manifestierten Bereich zu erfahren, sind die präadamiten Teil einer Gruppenüberseele und haben erst im Laufe der Entwicklung die Möglichkeit, sich auf dem esoterischen Weg zu individualisieren, während sie voranschreiten. Interessanterweise haben die präadamiten das Naturgesetz und die hermetischen Prinzipien gegen den adamischen Menschen angewandt, indem sie es vor uns versteckt, okkult gemacht haben, denn wenn wir die Prinzipien kennen würden, könnten wir auf höhere Einsichten zugreifen, die nur durch das Göttliche zugänglich sind. Das ist aber nicht ihre Schuld. Wir sind mit unserer göttlichen Verbindung nicht verantwortungsvoll umgegangen und können nur uns selbst die Schuld für unsere Vergesslichkeit geben. Während sie die gleichen Texte, wie wir studieren können, werden ihre Interpretationen esoterischer Texte verzerrt sein, da ihnen die göttliche Perspektive fehlt, sodass ihre Perspektive begrenzt bleibt, wenn sie genau das gleiche Material lesen, verglichen mit unseren Interpretationen und unserem Gebrauch. Sie können die Prinzipien nur nutzen, um uns zu kontrollieren, aber wir können sie nutzen, um unser Bewusstsein zu erweitern. Wenn wir Adamiten vollständig in unsere Macht eintreten würden, würden viele der präadamischen Menschen tatsächlich auch befähigt werden und sich nicht mehr minderwertig fühlen. Nicht, dass sie plötzlich gleichwertig werden würden, aber sie würden sich nicht mehr minderwertig gegenüber uns fühlen. Es ist unser unendliches Potenzial, das ihnen Angst macht, aber wenn wir dieses Potenzial vollständig verkörpern würden, würden sie sich viel sicherer und entspannter fühlen. Wenn wir unser Licht unter den Scheffel stellen, machen wir es ihnen schwer, auch ihre einzigartige Funktion zu erfüllen und das Leben zu erforschen. Einige werden sich jedoch immer noch minderwertig fühlen und sie werden die natürlichen Folgen davon erleben, indem sie sich selbst ausrotten. Entropie. Hier ist das Ausgangsmaterial für das Konzept des adamischen und präadamischen Menschen aus Boris Morawieffs Gnosis-Büchern. Gnosis Band 1, Kapitel 11 Theoretisch kann der Film, in dem der Mensch geboren wird und in dem er lebt, bis zum Ende der Welt weitergehen. Vorausgesetzt, er ist glücklich, zufrieden mit sich selbst, schreibt sich seine Tugenden zu und gibt anderen die Schuld für seine Fehler und sein Unglück. Richtig formuliert, kann diese Art von Existenz nicht als menschlich angesehen werden. Sie könnte als Anthropoid bezeichnet werden. Dieser Begriff ist insofern gerechtfertigt, als der äußere Mensch, der in Selbstzufriedenheit versunken ist, die Krönung einer Millionen Jahre währenden Evolution von seinen tierischen Vorfahren darstellt, aber aus der Sicht der esoterischen Evolution eine Möglichkeit ist, die noch nicht realisiert wurde. Wenn wir uns das Problem der esoterischen Evolution aus der Sicht des Films und der verschiedenen Teile, die der Mensch darin spielen kann, vor Augen halten, ist klar, dass diese Art der Evolution unmöglich ist, solange man den Film als eine immer gleiche Bewegung im gleichen Kreise betrachten kann. Menschen, die in einem solchen Film auftreten, sind diejenigen, die wir Anthropoiden, Marionetten oder die Toten genannt haben, die sich nach den Worten Jesu für lebendig halten. Die esoterische Evolution beginnt, wenn der Mensch durch sein bewusstes Handeln in der Lage ist, den Kreis zu durchbrechen und die Bewegung in eine aufsteigende Spirale zu verwandeln. Die Spirale stellt einen Zwischenzustand zwischen der Position dar, in welcher die menschliche Persönlichkeit im Film gefangen ist, der sich mechanisch kaum von den ewigen Sphären getrennt dreht, und jenen vollkommenen, freien Individuen, die in der Lage sind, sich bei Bedarf bewusst in der Zeit zu reinkarnieren. Was sind organische Portale? Etwa die Hälfte der Menschen auf der Erde sind organische Portale, seelenlose Menschen, die echte Menschen auf der Spur des Status Quo halten, auf der Tagesordnung mit dem Matrix-Kontrollsystem. Organische Portale bilden das Rückgrat der sozialen Kontrollinfrastruktur der Matrix. Sie sind es, die die Gesellschaft mit der Verwicklung ins Alltägliche auf Trab halten. Von der Wiege bis zur Bahre werden beseelte Menschen unter Druck gesetzt, sich an den Status Quo zu halten und keine gefährlichen Fragen zu stellen. Leere Menschen, Marionettenmenschen, Schablonen aus Karton, Drohnen, organische Portale, Nebendarsteller. Warum gibt es diese Begriffe überhaupt? Denn aus Notwendigkeit mussten sie von denen erfunden werden, die unabhängig voneinander das gleiche rätselhafte Phänomen bemerken, für das es keinen offiziellen Namen gibt. Einige Leute scheinen etwas sehr Wichtiges im Inneren zu vermissen. Obwohl sie nicht unbedingt weniger intelligent, erfolgreich oder körperlich gesund sind als jeder andere, zeigen sie dennoch keinen Hinweis darauf, dass sie höhere Komponenten in ihrem Bewusstsein haben. Im Laufe der Jahre kamen einige Leute zu diesem Schluss. Ihnen fiel auf, dass einige Menschen seltsam eindimensional und innen hohl waren. Diese Beobachtung ist nicht schwer zu übersehen, aber sie ist leicht zu rationalisieren, vor allem wenn die moderne Gesellschaft so stark mit dem politisch korrekten, aber unrealistischen Konzept einer Gehirnwäsche unterzogen wird, dass alle in jeder Hinsicht völlig gleich seien, was funktionale Unterschiede aufgrund von ökologischen, genetischen und vor allem metaphysischen Faktoren komplett ignoriert. Ein beträchtlicher Prozentsatz der Menschen, die wir auf der Straße treffen, sind Menschen, die innerlich leer sind. Das heißt, sie sind eigentlich schon tot. Es ist ein Glück für uns, dass wir es nicht sehen und nicht wissen. Wenn wir wüssten, dass eine bestimmte Anzahl von Menschen tatsächlich tot sind und welche aus der Reihe dieser Toten unser Leben regieren, dann würden wir vor Entsetzen verrückt werden. Dies sind interessante Zeiten. Auf der einen Seite gibt es Veränderungen auf globaler Ebene, die nicht mehr wirklich ignoriert werden können und auf der anderen Seite scheint die Mehrheit der Bevölkerung ihr Leben so zu leben, als ob alles so wäre, wie es immer war und immer sein wird, eingeschlossen in einen Tunnelblick aus persönlichen und materiellen Interessen. Wenn sie wirklich gut aufpassen, werden sie feststellen, dass das Gespräch mit ihnen wirklich oberflächlich verläuft und sie nur programmierte Antworten erhalten. Du erkennst dies, wenn du mehr als eine Person hörst, die genau das Gleiche sagt oder du hörst, wie die gleiche Person etwas auf roboterhafte Weise wiederholt. Während beseelte Menschen einen göttlichen Bewusstseinsfunken haben, der ihnen die Fähigkeit zur individuellen Selbsterkenntnis gibt, fehlt organischen Portalen dieser göttliche Funke und sie sind im Vergleich dazu nur schwach bewusst. Sie gehören zu einer tierähnlichen Gruppenseele, die eher kollektiv als individuell existiert, sich entwickelt und inkarniert. Während jeder beseelte Mensch eine relativ einzigartige Energie hat, die durch das Bewusstsein, die Erfahrung und die Essenz dieser Person geformt wird, ist die Energie, die ein organisches Portal belebt, die gleiche, die auch jeden anderen belebt. Die menschliche Rasse auf der Erde ist keine Familie, sondern eine Ansammlung, eine heterogene Gruppe von Wesen mit vielen verschiedenen Seelenwurzeln. Das heißt Seelen, die von vielen verschiedenen Planeten kamen. Und natürlich besteht die Menschheit auch aus seelenlosen organischen Portalen. Die Anunnaki haben lediglich unsere Körper erschaffen, nicht unsere Seelen. Also für diejenigen, die eine haben. Auch die Reptilien schufen nicht unseren Lebensfunken, aber mehr zu all dem später. Alles in dieser virtuellen Realität erfordert ein Bewusstsein, sei es ein wahres oder ein künstliches Bewusstsein, um es anzutreiben. Das bedeutet, dass auch ein Sandkorn ein Bewusstsein hat. Selbst Dinge, die viel kleiner sind als Sandkörner, haben ein Bewusstsein. Das Bewusstsein muss die Illusion der Bewegung in seinem ganzen Körper während seiner gesamten Lebensdauer aufrechterhalten. Nichts existiert in der virtuellen Realität, wenn es nicht die Illusion der Bewegung aufrechterhält. Wenn die Illusion der Bewegung aufhört, stirbt der Organismus und das den Körper antreibende Bewusstsein verlässt ihn. Immer mehr Menschen beginnen heute zu glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dies gilt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Man könnte fragen, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, gibt es dann einen Tod nach dem anderen? Es gibt drei grundlegende Kategorien von Bewusstsein in der virtuellen Realität. Wahres Lichtbewusstsein, falsches Lichtbewusstsein und schließlich künstliches Bewusstsein. Künstliches Bewusstsein umfasst diejenigen, die völlig böse erschaffen wurden und diejenigen, die von der Dunkelheit wie Roboter erschaffen wurden. Zu denjenigen, die aus völliger Dunkelheit geschaffen wurden, gehören die, die ich als die Seelenlosen bezeichnet habe. Diese sind jedoch nicht zu verwechseln mit den Künstlichen, die von den außerirdischen Wissenschaftlern der Annunaki geschaffen wurden. Untertitelung des ZDF,